Bianca Stichling hatte mehr Fehlversuche. Charlotte Haas übrigens, die dritte im Bunde, hat ihren ersten Versuch gerissen. Jetzt also Labinja Jürgens. Ja, und auch die bleibt dabei. Geht damit direkt wieder vorbei an Bianca Stichling. Sehr sprunggewaltig, ja. Die junge Dame vom TSV Kranczek. Die junge Dame vom TSV Kranczek.